Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Viele Benutzer haben auf iOS 18.1.1 aktualisiert, aber das iPhone bleibt im Recovery-Modus hängen. Was tun? Upgrade-Fehler oder Systemstörungen können dieses Problem verursachen. Aber keine Sorge. Ich zeige euch ein paar einfache Methoden, um euer iPhone aus dem Recovery-Modus zu verlassen und es wieder normal zu benutzen. Methode 1. Wenn das iPhone im Recovery-Modus hängen bleibt und kein Computer in der Nähe ist, empfehle ich zunächst den Neustart des iPhones zu erzwingen. Bei iPhones ohne Home-Taste drückst du einfach schnell die Lautertaste, dann die Leiser-Taste und hältst schließlich die Power-Taste gedrückt, bis du das Apple-Logo siehst. Für iPhones mit einem Home-Button halten sie einfach den Home-Button und den Power-Button gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint. Diese Methode ist sehr einfach. Dein iPhone kann wieder in den Normalzustand versetzt werden. Methode 2. Verlassendes Wiederherstellungsmodus mit Reiboot. Wenn der erzwungenen Neustart nicht funktioniert, versuche Reiboot. Dieses Tool kann den Wiederherstellungsmodus mit einem Klick beenden, ohne Daten zu verlieren. Zuerst lade Reiboot herunter und installiere es. Ich habe den Download-Link in den Kommentaren angegeben. Versuche es. Schließe dein iPhone an den PC an. Öffne Reiboot. Klicke auf Wiederherstellungsmodus austreten. Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Viele Benutzer haben kommentiert, dass Reiboot einfach zu nutzen ist und iOS-Probleme löst. Methode 3. iPhone reparieren mit Reiboot. Wenn die ersten beiden Methoden nicht funktionieren, kann dies die Ursache für den Systemabsturz sein. Reiboot bietet eine Systemreparaturfunktion an. Es kann tiefere Systemfehler reparieren und das Problem lösen, dass es im Wiederherstellungsmodus hängen bleibt. Zuerst öffne Reiboot und wähle Reparatur starten. Wähle Standard-Reparatur-Option aus. Lade die erforderliche Firmware herunter. Klicke auf Standard-Reparatur starten. Die Software repariert automatisch die iPhone-Systemprobleme. Nach Abschluss der Reparatur kann das iPhone normal gestartet werden. Diese Methode ist für die Reparatur von Systemproblemen geeignet. Methode 4. iPhone reparieren mit iTunes. Wenn du die offiziellen Tools bevorzugst, kannst du auch iTunes verwenden. IPS schließe dein iPhone an den Computer an. Öffne iTunes. iTunes erkennt das Gerät automatisch. Klicke auf Aktualisieren oder Wiederherstellen. Wenn du Update wählst, wird das System ohne Datenverlust aktualisiert. Bei Auswahl von Wiederherstellen werden die Daten gelöscht. Klicke auf Aktualisieren, um die Firmware herunterzuladen. Am besten erstellest du im Voraus ein Backup, damit es nicht zu Datenverlust kommt. Tipps iPhone 16 mit einem anderen Gerät wiederherstellen. Wenn du ein anderes Gerät hast und dir keine Sorgen um Datenverluste machst, kannst du die neueste drahtlose Funktion von Apple verwenden. Du solltest einfach die zwei Handys zusammenlegen und das iPhone 16 in Recovery Mode versetzen. Das andere Gerät zeigt an, ob es wiederhergestellt werden soll und bestätigt das. Beachte, dass bei dieser Funktion Daten verloren gehen und das iOS des anderen Geräts über 18.0 sein muss, um sie zu nutzen. Das ist alles. Ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen werden, das Problem des im Wiederherstellungsmodus hängen gebliebenen iPhones einfach zu lösen. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.